So, und willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Wir haben direkt weitergemacht. Weshalb nennt man euch Heuler, alte Flänner? Ja. Hm, ich könnte ihn jetzt einschüchtern, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Ich könnte aber auch ihn überreden. Ich weiß nicht, aber ich überrede mal. Du bist ganz schön dumm. Na, danke. Helft mir für Sprünge, weshalb wer hättet ihr nochmal Heuler genannt? Nein, das machen wir jetzt nicht. So, okay. Was sind wir jetzt über unsere nächsten Quests? Sagen wir mal. Ach ja, sprich mit Maven Schwarzdorn. Ja, wir gehen mal da raus. Alter, wir sind schon wieder fast Level 16, ne? Ihr hättet nie herkommen sollen. Landstreicher? What the fuck? Komm ruhig ran. Ich muss nur da raus. Alter, bist du gut. Was hast du gesagt? Ich hab dich akustisch jetzt nicht so verstanden. Springen wir mal runter. Dann Streicher, Stahlpfeile, Dietrich, Gold. Der Rest ist egal. Waren wir hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Oder doch? Doch, hier waren wir schon mal. Wie kommst du denn da hin? Ey, in der Halskette. Ne, Mick. Für Karotten. Ne, danke. So, weiter. Ach so, du hast die Falle ausgelöst. Ich verstehe. Ja, wie komm ich denn hier jetzt raus? Das ist schon wieder etwas... Ist ja eigenartig. Okay. Na gut. Dann nicht. War der falsche Ausgang. Aber was auch immer das jetzt war. Verstehe ich nicht. Auf, auf. Durch den Rattenweg. Das ist schon wieder die falsche Richtung, ne? Ich laufe immer die falsche Richtung lang. So, hat uns der komische Kerl beim Saufen echt verarscht, ne? Das glaube ich gar nicht. Das finde ich echt nicht cool. Wollt ihr am Leben bleiben? Warum einen Rücken ausmocken? Ich habe Mioll noch niemals so durcheinander erlebt. Was, die mich alle voll labern? Gibt's das, ey? So. Ja? Was habt ihr für ein Problem? So, vier. Ganz schön Mumm, euch hier blicken zu lassen nach der Sache mit Kerava. Willkommen im Bienenstich, mein Herr. Lasst mich wissen, ob ich euch eine unserer Getränkespezialitäten anbieten darf. Wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Wo ist sie? Hä? Ist sie vielleicht hier oben? Irgendwo? Hier ist sie. Hi. Ja, ich habe mir gedacht, dass du jetzt rummeckerst, aber... Ihr also habt gut golden Glanz niedergebrannt. Habt ihr auch nur die leiseste Ahnung, was mich die Nummer kosten wird, die ihr da veranstaltet habt? Ich bin überrascht, dass ihr euch überhaupt hier blicken lasst. Verzeiht mir, Lady Maven. Wir führen diese Unterredung nur, weil Brignol versichert hat, ihr würdet nicht noch einen Auftrag vermasseln. Ich habe ihn nicht vermasselt. Ihr behauptet, ihr hättet ein besonderes Talent für euer Metier. Offen gestanden, habe ich daran meine Zweifel. Ach, halt die Schnauze. Ich bin der Beste in meinem Metier. Äh, es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Wollen wir die Unterhaltung nicht überspringen. Ich bin der Beste in meinem Metier. Ist das Selbstvertrauen, was ich da höre? Ja. Oder Arroganz? Beides. Seltsam, wie häufig die beiden miteinander verwechselt werden. Ihr müsst wissen, es ist schon lange her, dass Brignol mir jemanden geschickt hat, auf den ich mich verlassen kann. Äh, glaubt ihr nicht an die Gilde? Ob ich an die Gilde glaube? Ich glaube an niemanden. Mich interessieren nur Ursache und Wirkung. Ob die Aufgabe erledigt wurde und ob sie korrekt erledigt wurde. Da gibt es keine Grauzone. Äh. Äh. Mit mir werdet ihr dieses Problem nicht haben. Das hoffe ich. Das ist eine wichtige Aufgabe. Ich habe einen Konkurrenten. Die Honigbräubrauerei. Und die will ich aus dem Geschäft drängen. Mich interessiert außerdem, wie sie ihre Fertigung so schnell auf die Beine stellen konnten. Äh. Wo soll ich anfangen? Geht zur beflagten Meere in Weißlauf. Und sucht nach Malus Machius. Von ihm erfahrt ihr alle weiteren Details. Okay. Wie habt ihr euch mit der Liebesgilde verbündet? Die Schwarzdornfamilie war schon immer ein Verbündeter der Gilde. Das passt bestens zu unseren guten Beziehungen zum Kaiserreich und in Himmelsrand. Ich würde sagen, dass die Gilde ihr Überleben ebenso sehr meiner Familie wie ihren eigenen Leuten verdankt. Ähm. Was hat bei der Honigbräuberei, wer hat bei der Honigbräuberei das sagen? Bräuberei. Ach du Scheiße. So ein Tagedieb namens Sapjorn. Der ist mir schon seit einigen Jahren ein Dorn im Auge. Alter, ich kann mir diesen ganzen Namen nicht merken. Wenn jetzt heißt, wenn sie jetzt sagt, ja, der Horst, der hat da was zu sagen, kann ich mir das merken. Aber nicht, wenn da so ein Scrooiron-Name bei rauskommt. Äh, Sapjorn, genau. Sapjorn scheint mehr als nur ehrliche Konkurrenz zu sein. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht bereue, dass ich Sapjorn so weit kommen ließ. Innerhalb weniger Jahre hat er diese Brühe, die er Mild nennt, auf den Markt geworfen und mir so einen großen Teil meiner Gewinne abgeluchst. Ich komme nicht dahinter, woher er das Gold hat, um es so schnell auf den Markt zu bringen. Da hat sich wohl mal eine Person, zwei Synchronsprecherinnen geteilt. Werdet ihn los, dann müsst ihr auch keine Angst mehr vor ihm haben. So ist es. Wenn Sapjorn im Gefängnis sitzt, muss seine Brauerei dicht machen. Dann komme ich und übernehme sein Geschäft. Und das war's mit der Konkurrenz. Nice. Warum schlagt ihr gerade jetzt zu? Gut, Goldenglanz hat unbestreitbar die Honiglieferung, die ich für meinen Mead benötige, ausgesetzt. Sapjorn könnte diese Aussetzung zu seinem Vorteil nutzen und einen größeren Marktanteil gewinnen. Das kann ich nicht dulden. Okay. Äh. Euer Name besitzt in Wüften großes Gewicht. Natürlich. In dieser Stadt geschieht nichts ohne meine Zustimmung. Der Jarl hat ein offenes Ohr für mich. Und die Wächter habe ich in der Tasche. Macht mir jemand Ärger, besuche ich die Diebesgilde. Macht mich jemand zornig, gehe ich zur dunklen Bruderschaft. Daran solltet ihr beim nächsten Mal denken, bevor ihr eine so dumme Bemerkung macht. Alter. Noch einmal. Deine Hüften haben ein Gewicht. Ich weiß nicht, dass ich mich deutlich ausgedrückt habe. Vermasselt ihr diesen Auftrag, wird euch das bitter leid tun. Wie gesagt, deine Hüften haben ein großes Gewicht. Was willst du? Ihr habt ganz schön Mumm, euch hier blicken zu lassen. Ja, hau... Hau doch ab! Solltet ihr nicht auf dem Weg nach Weißlauf sein? Ja, wir fahren, wir gehen jetzt auch nach Weißlauf. Oh. Ich wollte die Tür nicht aufmachen, aber egal. Gut, dann wollen wir mal nach Weißlauf. Ich wollte eh nach Weißlauf. Mit Karte. Du kannst... Achso, ja, ich muss hier erst raus, damit ich schnell reisen kann. Äh, wie lästig. Oh. Aber jetzt schnell reisen. So, hier sprich ich mit Malus Macchius. Aber egal. So. Nach Weißlauf. Weil Weißlauf müssen wir nämlich auch noch die Dings fälschen. Die Bilanzen fälschen. Das können wir nämlich auch noch machen. Wollen wir mal eben schnell im Quest-Log gucken. Ähm. Sprich mit, sprich mit, äh, finde das künftige Orakel. Äh, hilf beim Falko, äh, finde den Stab, finde Sam, blablabla. Äh, bringe, nein. Nein, Bilanzenfälschung. Das. Bilanzenfälschung. Geradeaus durch. Und so, hier drin soll ich die Bilanzen fälschen. Das wird ja spannend. Wie mache ich das denn am besten? Was? Warum schaut ihr mich so an? Natürlich auch gar nicht. Bist du eine Macke oder was? So. Da. Wer bist du? Kann ein Mann nicht mal in Ruhe etwas trinken? Okay. Na gut, du bist auf jeden Fall der. Malven meint, sie, äh, meinte, ich hätte mich bereits, ihr hätte mich bereits erwartet. Alter, lesen kann ich auch nicht mehr. Ich werde mich kurz fassen, denn wir haben viel zu tun. Der Besitzer von Honigbräu, Sabion, will eine Medprobe für den Hauptmann der Wache von Weißlauf veranstalten und wir werden den Med vergiften. Vergiften? Habt ihr das Gift? Nein, nein. Na super. Das ist ja das Raffinierte an dem Plan. Wir bringen Sabion dazu, es uns zu geben. Die Brauerei hat ein Ungezieferproblem und die ganze Stadt weiß davon. Gift gegen Ungeziefer und Med vertragen sich nicht gut, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, stimmt. Das ist meine Aufgabe. Ihr kommt zufällig vorbei und springt im armen Sabion, helfend zu sein. Er gibt euch das Gift, damit ihr es gegen das Ungeziefer einsetzt, aber ihr schüttet es auch in den Braukessel. Schlau. Maven und ich haben das Ganze über Wochen geplant. Jetzt brauchen wir nur noch jemanden wie euch, der dort hineingeht und es erledigt. Und jetzt macht euch auf den Weg, bevor Sabion zu Verstand kommt und jemand anderen für die Drecksarbeit anheuert. Wie gelange ich zu den Braukesseln? Beide Gebäude sind durch Tunnel miteinander verbunden. Wir graben von dem Ungeziefer, das die Brauerei befallen hat. Es gibt einen Eingang im Keller des Lagerhauses, der früher mit Brettern vernagelt war. Ich habe die Bretter bereits entfernt, damit sich das Ungeziefer auf die Brauerei ausbreitet. Dort solltet ihr anfangen. Warum gehen wir nicht einfach durch die Brauerei? Die hält Sabion fest verschlossen. Wenn ihr dorthin durchgehen könnt, geht einfach geradeaus. Cool. Warum tut ihr das? Ich habe den Fehler gemacht, mir Geld von Sabion zu leihen. Er lässt es mich zurückzahlen, aber dafür lässt er mich richtig schuften. Er behandelt mich wie einen Sklaven. Ich muss in der Brauerei jede dreckige, unangenehme Arbeit übernehmen. Es geht um mehr als nur um Schulden, oder? Wenn dieser Plan aufgeht, sind nicht nur meine Schulden aus der Welt, sondern ich bin auch ein gemachter Mann. Maven und ich haben eine kleine Vereinbarung getroffen. Wenn Sabion im Gefängnis landet, wird sie seine Brauerei übernehmen. Und ratet mal, wer dann die Schwarzdornbrauerei in Weißlauf leiten darf. Genau, er steht gerade vor euch. Warum, äh, weshalb sollten wir uns die Mühe machen, das Nest für Sabion zu vergiften? Sobald Sabion aus dem Weg geräumt ist, hat Maven Pläne für diesen Laden. So oder so wollen wir nicht, dass das ungeziefert zurückkehrt. Seht es einfach als ein wenig mehr Drecksarbeit an. Ich habe mein Teil dazu beigetragen, sie dort hineinzubringen, und ihr müsst sie jetzt herausbekommen. Das klingt für mich logisch. Björn wird eine helfende Hand brauchen. Sorg dafür, dass es gut aussieht. Wo fälsche ich jetzt die Bilanzen? Dann ist die Honigbrauerei, okay. Hier soll ich die Bilanzen fälschen, okay. Ach, in der Kriegsjungfer. So, dann speichern wir mal. Ist ja nur ein Adeptenschloss, da haben wir ja kein Problem mit. Hoppala. Wenn ich wüsste, wo solche Bilanzen sind. Hier oben, okay. Da, wo er wahrscheinlich schläft, wa? Oh ne, jetzt stehen die auf. Probieren wir nochmal. Hi. Na, Kenas? Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Ich habe gesehen, wie ihr das gestohlen habt. Habt ihr wirklich gesehen? Ja, dann lade ich neu. Was, 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 was? Nein. Ich wollte laden. Kenas, laden. Laden. Ja. Hm. Hm. Alter. Du kannst nicht so schnell aufstehen. Ja, Entschuldigung, ich gehe. Ich gehe schon, ich gehe schon, ich gehe schon. Hat man mich jetzt erwischt oder nicht? Steckt eure Waffen weg. Folgt ohne Geschrei. Im Namen des Jahres. Keine Bewegung. Äh. Ne, ne. Ne, ne. Wir laden. Das muss doch irgendwie gehen, sage mal. Oder wir machen das am Tage. Wenn ich so kleine Schritte mache, hören wir das nicht. Kann das sein? Ab hier. Ab hier, hören sie mich. Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Dann. Hoppala. Ne, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Dann warten wir jetzt. Es ist jetzt zwölf. Sechs Stunden. Acht Stunden. Ja. Dann gehen wir jetzt früh am Morgen dahin. Hi. So, die Schmiede müsste ja draußen sein. Ne? Sieht gut aus. Kann ich jetzt nach oben gehen, ohne dass was passiert? Folgt der mir? Selbst wenn. Ach, komm schon. Du kannst es doch gar nicht gesehen haben. Wie willst du das gesehen haben, bitte? Ich raste aus. Was? Ich cheate jetzt. So. Äh, sonstiges Korb. Warte. Warte. Äh, äh, fallen lassen. Hier. Hier. Willkommen in der Kriegsjungfer. Mann. Gibt's das? Hey, ich wollte hier nicht wieder einsammeln, Mann. Mexikon? What the fuck? Was ist das? Kürze, die können nicht aus dem Inventar entfernt werden. Kannst du jetzt bitte den Hut aufsetzen? Nun, komm. Wir machen das nochmal. Warte. 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 So, probieren wir's nochmal. Das muss doch irgendwie gehen, verdammte Scheiße. So, bist du bescheuert? Ihr seht aus, als könntet ihr eine Waffe gebrauchen. Vielleicht etwas Großes? Eine Axt? Oder ein Zweihänder? Probier's nochmal. Hat geklappt. Cool. So. Ich geh dann wieder, ne? Wunderbar. Haben wir erledigt. Das war jetzt irgendwie doch simpeler, als ich dachte. Gut. Und, ähm, zur Honigbrauere, Honigbräuerei, gehen wir in der nächsten Folge. Also, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.